Ja, hallo, hier bin ich wieder. Heute möchte ich euch ein Projekt vorstellen, das ich in der Schule durchführen werde, während der Projektwoche. Die beginnt nächsten Montag und das Projekt heißt Praktisch Vegan. Und weil sich einige in meinem Umfeld noch dafür interessieren, was wir da genau machen und vielleicht auch, dass sich Kollegen und vielleicht auch Eltern, die Schüler, nochmal informieren können, das nochmal reflektieren können und so weiter. Und damit man ein bisschen Transparenz herstellen kann, habe ich mich entschieden, dazu ein Videotagebuch zu führen. Also heute ist das Einführungsvideo, da stelle ich euch einfach kurz das Vorhaben vor und dann versuche ich jeden Tag einfach ohne große Planung und Vorbereitung am Ende des Projekttages schnell und spontan meine Eindrücke des Tages zu verarbeiten. Vielleicht schneide ich noch auch so ein paar Fotos mit rein, aber natürlich nicht von erkennbaren Menschen, außer von mir. Okay, also das Projekt habe ich genannt Praktisch Vegan. Die Projektbeschreibung poste ich euch in die Videobeschreibung, da könnt ihr ein bisschen die Begründung dafür lesen. Was habe ich vor in der Woche? Also erstmal, es haben sich 21 SchülerInnen oder SchülerInnen angemeldet. Ich hatte es freigegeben ab der siebten Klasse bis in die Oberstufe. Es nehmen, glaube ich, drei Schüler aus der Oberstufe teil. Ansonsten sind die von der sieben und acht. Dann geht es weiter mit der E-Phase und eben bis in die Q2. Ja, die sind dann im Alter zwischen 13 und 16 Jahren oder so. Was ich vorhabe ist, ja, wir werden uns erstmal ein bisschen drüber unterhalten, was vegan eigentlich bedeutet. Ich werde spontane Fragen beantworten, weil ich mich selbst da vegan ernähre. Wir werden uns auf jeden Fall Bildmaterial anschauen, also uns damit auseinandersetzen, wie Tiere in der konventionellen Tierhaltung gehalten und geschlachtet werden. Wir werden ein bisschen auf Erkundungstour gehen, das heißt die Schule verlassen, in Geschäfte gehen, in Supermärkte gehen und einfach mal schauen, was gibt es dort für vegane Produkte. Natürlich die gesamte Obst- und Gemüseabteilung, aber davon abgesehen eben verarbeitete Produkte auch, wo sind, in welchen, also wo sind, ohne dass man sich das bewusst macht, tierische Bestandteile verarbeitet. Welche, ja, Ersatzprodukte gewissermaßen gibt es bereits auf dem Markt, ohne dass man in irgendwelche Spezialgeschäfte dafür gehen müsste. Wir werden dann also ein bisschen was einkaufen und ich habe dann auch vor, ab dem zweiten Tag, dass wir jeden Tag gemeinsam was essen, einfach mal verschiedene Sachen kosten. Das werden wir dann bei mir zu Hause machen, wo wir die Küche nutzen können. Wir werden einfach so Häppchen machen und jeder kann mal ein bisschen was von verschiedenen Sachen probieren, um auch mal so die, dann die geschmacklichen Erfahrungen ein bisschen mitzuteilen, auszutauschen und so weiter. Und ganz wichtig ist, dass das jetzt ein Ausflug in die vegane Welt ist. Wir haben ja gute Gründe, uns tierfrei zu ernähren, beziehungsweise tierfrei zu leben und zu konsumieren. Und zwar abgesehen von der ganzen Umweltproblematik, die übrigens gar nicht so klar ist. Also aus, das hört man ja oft im Alltag, im Volksmund, dass eben eine vegane Ernährung insgesamt ökologisch sinnvoller wäre, das lässt sich so nicht aufrechterhalten. In diesem Projekt geht es um die rein tierethische Motivation. Genau, und so werden wir also jeden Tag so ein bisschen filmisch einen anderen Schwerpunkt setzen und viel diskutieren, hoffentlich. Mich haben jetzt vorab auch schon Schüler angesprochen, die sehr interessiert sind und neugierig sind. Ich habe aber auch im Vorfeld schon Bedenken vernommen, was so das Anschauen von Bildmaterial und Filmen betrifft. Natürlich gehört es dazu, dass man sich anschaut, wie die realen Bedingungen hinter unserem tierischen Konsum aussehen. Aber selbstverständlich wird niemand gezwungen, da hinzusehen und sich, wenn er es nicht ertragen kann, sich diese Bilder anzusehen. Also es ist jedem freigestellt, die Augen zu schließen oder sogar rauszugehen, wenn es sein muss. Aber das Angebot halte ich für sehr wichtig und ich halte es auch für sehr wichtig, so ein bisschen seine Grenzen vielleicht zu überwinden und doch mal hinzusehen. Weil schon das eine Kuriosität ist, dass wir uns täglich selbstverständlich irgendwie ernähren, auf eine Art und Weise ernähren, von der wir nicht wissen wollen oder von der wir nicht ertragen, wie es im Hintergrund eigentlich aussieht. Das sollte man sich zumindest mal bewusst gemacht haben. Was das Projekt nicht im Sinne hat, ist, die Teilnehmer jetzt irgendwie zu Veganern zu machen. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil das mir seit Jahren irgendwie anhängt auch. Wir setzen uns mit der Problematik auseinander und was ich immer kommuniziere ist, hoffentlich lebt ihr noch 80 Jahre und in diesen 80 Jahren habt ihr irgendwie Zeit, das, was ihr jetzt als ersten Impuls gekriegt habt, irgendwie in euer Leben zu integrieren, irgendwie damit umzugehen, irgendwie euch dazu zu verhalten. Das liegt dann völlig im Ermessen der Teilnehmenden und natürlich auch in Auseinandersetzungen mit dem Elternhaus. Also es ist ja völlig klar, dass Jugendliche noch nicht die Freiheit haben, völlig für sich entscheiden zu können, wie jetzt zu Hause gekocht wird. Aber man kann doch erwarten, und das interessiert mich natürlich auch während des Projekts, wie zu Hause kommuniziert wird. Also der Ethikunterricht, ich bin ja von Haus aus dann Ethik- und Philosophielehrer und dieses Thema ist natürlich auch Schwerpunkt in dem Projekt. Es ist natürlich das Ziel, dass man außerhalb des Unterrichts ins Gespräch kommt und dass dabei Kontroversen entstehen, ist auch völlig klar. Und die sollte man auch annehmen und aushalten, ohne dass daraus jetzt eine Verpflichtung entstehen würde. Jedenfalls von mir ausgehend besteht keine Verpflichtung oder Aufforderung oder sonst was zu Hause, jetzt irgendwas ändern zu müssen. Aber natürlich ist davon auszugehen, dass Impulse kommen zu Hause und es wird interessant sein, wie dann damit umzugehen sein wird. Es ist klar, dass es Herausforderungen darstellen kann und es ist auch klar, dass jetzt nicht die Eltern mit offenen Armen drauf warten, dass das Kind nach Hause kommt und plötzlich Veganer werden möchte. Das wäre sicher eine übertriebene Herausforderung für das Elternhaus und für alle Beteiligten. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass man dem Thema ernsthaft begegnet, sich damit auseinandersetzt und auch, wenn es mal kleine Impulse sind, einfach mal was auszuprobieren, was Neues. Eine Umstellung hat bei mir selbst wirklich Jahre gedauert, obwohl ich schon erwachsen war und mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Also die Hürde, neue Ideen zum Kochen zu haben, beim Einkaufen neue Wege zu gehen und so weiter, neue Geschmackserlebnisse, das alles ist eine große Herausforderung. Und wenn da nicht ein innerer Wandel stattgefunden hat, ist das schwierig zu vollziehen, weil es einfach zu komplex ist und zu aufwendig ist. Insofern wünsche ich mir zumindest den Austausch und zwar einen seriösen und sachlichen Austausch und an die Teilnehmenden. Wie gesagt, ihr habt hoffentlich noch 80 Jahre vor euch und je selbstständiger man selbst im Leben ist, das heißt, wenn man später mal alleine lebt und so weiter, kann man eh alles selbst entscheiden, wie man leben möchte. Und solange sich alles noch zu Hause abspielt, ist die Diskussion erwünscht, die Kontroverse erwünscht. Aber natürlich soll auch der Familienfrieden gewahrt werden. Das ist mir extrem wichtig. Man muss nun mal zusammenleben und es lässt sich zu Hause nichts erzwingen. Ansonsten stehe ich immer zur Verfügung, wenn es Rückfragen gibt, unter diesem Video oder unter den Videos während der Projektwoche, die bleiben ja dann online, kann man jederzeit Fragen stellen. Auch natürlich, wer nicht an dem Projekt teilnimmt, wer das jetzt sieht, kann Fragen stellen. Aber bitte sachliche, seriöse Fragen, das ist mir ganz wichtig. Und ich habe auch ein Netzwerk im Hintergrund, bei dem ich dann spezifische Fragen mal einreichen kann und auch kompetent hoffentlich antworten kann. Ansonsten ist jeder selbst verantwortlich für die Art und Weise, wie er oder sie sich ernährt. Wir sind aber eben auch moralisch verantwortlich und das ist das Spannende an diesem Projekt. Wir halten es immer für sehr wichtig, dass wir unser Handeln reflektieren. Deswegen gibt es auch Ethikunterricht an den Schulen und in Hessen übrigens gibt es auch oft ein Halbjahr oder in einem Halbjahr das Thema ausdrücklich, dass sich Tierethik nennt. Also sind wir auch angehalten, uns mit dieser Frage, wie wir mit Tieren umgehen, auseinanderzusetzen und dass das Leben danach ein anderes ist als vorher, ist selbstverständlich. Okay, das war's. Ich melde mich dann gleich hoffentlich am Montag mit dem Eindruck nach dem ersten Tag. Ich weiß nicht, ob ich gleich am Montag auch das Video einstellen kann, aber ich werde es auf jeden Fall aufnehmen, damit die Eindrücke noch frisch sind. Gut, das war's vorab. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen auf dieses Video und auch auf die weiteren. Bis dann. Tschüss.